Ja, herzlich willkommen, Martin, Rüdiger und Rainer, hier heute auf der FIBO Power 2016 wieder in Köln. Martin, wie geht's dir? Sehr gut, alles im Lot. Rüdiger, entsprechend in Form für deinen Wettkampf im Mai. Hab ich schon gehört, du willst ja starten jetzt bei der zweiten deutschen internationalen Meisterschaft der GNBF am 28. Mai. Ist noch ein bisschen hin, aber wie wirst du deine Form jetzt schon einschätzen? Ja, ist soweit alles im grünen Bereich, würde ich sagen. Ich freue mich drauf und ich werde wieder alles geben. Das heißt, du wirst wieder ganz vorne mit angreifen, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und Rainer, wie schaust du bei dir aus? Ja, ich mache diesmal Betreuer für die Rüdiger. Selber starte ich nicht. Und das Ganze aus einer anderen Sicht mal betrachten. Ja, und dann steht ja schon im Herbst die 13. deutsche Meisterschaft an. Was habt ihr da Pläne? Auch von deinem Studio vielleicht? Ja gut, theoretisch. Hämmerenner, der Interesse hat, teilzunehmen, aber es ist noch nicht sicher. Gut, dann schauen wir erstmal eins nach dem anderen. Jetzt erstmal die internationale Deutsche. Heute noch viel Spaß auf der FIBO. Vielen, vielen Dank. Danke schön. Schön, hier gewesen zu sein.